Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir schauen ein bisschen rum Wir haben nichts zu tun Ich weiß nicht, wenn ich so ein offener Fußkopf Wo man das jetzt sieht Das ist jetzt im ersten Moment Aber wenn man hier so schockermäßig Ja, bloß so kurz einblendet Das ist halt erst Weil da schallt ja doch jeder hin Weil dann bräuchte man Wenn man nämlich quasi die Farben von Huffing In das Herz mit reinbringt Dann braucht man nämlich das Logo an sich gar nicht mehr Und das fände ich nicht schlecht Fällt dir was ein wie, ne? Sieht sie so aus Schaut so aus Und deine Denkmose ein Ja Ich hätte dieses Ja Das ist da also Huffing ist verrückt Huffing ist verrückt Schräg schräg positiv Also okay, ich bin sorry Das fände ich nicht zu nehmen Ich fände es nicht nachvoll Ich habe es nicht nachvoll Ich habe es nicht nachvoll Ich habe den Stocker ab Das unterstellt ihr jetzt gegen Schwarz Und dann hören wir das BIP Und dann nehmen wir wieder und dann lassen wir diesen Text einblenden, dieses... So, Film nehmen wir her. Und eigentlich kommt komplett auf, also man hört quasi nur noch diesen Herzschlag. Oberbeilen. Oberbeilen, ganz schnell an. Aber ich dachte, wir schneiden das Ganze mal nicht so diskriminiert. Also ich... ...diesen Ausgang raus, dann sieht man wie dieser... ...dieser Ausgang... Dann geht die Sprechstundenhilfe mit den kleinen Drei. Man sieht close, wie die, ähm, oben schau. Dann, äh... Ja, aber Dennis, wir können die auch dann... Und wie gesagt, ja gut, dann können wir auch kurz hinfahren und können das auch leer. Ja, natürlich, man... Wenn der sagt, ja, ihr wird es krass. Das sehen wir. Ey, du hast ja den wichtigsten Job, ne? Du kannst du ohnehin unter Wasser, dazu ist es richtig... Hier ist aber kein Schlauch. Geil! Die ganzen Kommunikationskanäle unter einem Punkt zusammengemacht. Ja, könnte auch. Also... Okay, jetzt vorwärts. Okay, jetzt vorwärts. Badern, stopp kurz, bitte. Das ist ein lustiges. Wir machen das Ganze jetzt mit vier Wälde. Jetzt kommt dann mehr Aktion rein. Hier! Oh, yeah! Geil! 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 Du willst Ärmer gäntern! Wir gucken die Sparspresse. Wir haben zu groß dafür gewonnen! Sehr gut, danke. Fertig! Ich kann's sogar lesen. Die Mutter sitzt da, mit der kann ich mal reden, aber es bringt ja nichts an der Junge. Richtig. Kamera läuft! Und bitte! Soll ich so tippen? Ja, so ein bisschen tippen also. Ja, das war ja doch gut. Der war perfekt. Der war perfekt. Ja, das kann ich mal nicht. Ja, jetzt geht's go! Ne, so gehe ich keinen Punkt, du magst. Oh. Ich hole meinen jetzt nicht aus. Geil! Oh. Einer bei Robert, der... Da 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 da. Oh oh. Oh 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 oh. Ich schreibe dich gleich an, ich ziehe gleich aus. Ich glaube es läuft. Hast du das? Ja, schon. Ja. Das klappt auch nicht. Das klappt auch nicht. Warum ist hier der Steinsprecher vor allem da? Ja. Hallo Stefan, wie geht's dir? Ach und ich hab das noch mal aus unserem Kameraden. Mega gut. Ja im Spam. Das ist ja voll geil. Wir gehen gleich mal runter. Ich glaube wir haben mehr Making of Material als normales. Ich hab das gestern auch zwei Stunden angeguckt. Tschö lalalalalala. Robin Koppel. Ja. Ja. Ja.